So meine Freunde und Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge der X-Legends auf diesem Kanal. Freut mich dass ihr wieder mit am Start seid. Wir spielen direkt die nächste Folge. Ich bin bereit, ihr hoffentlich auch. Vertrau mir, ich weiß was ich tue. Wenn die Götter es wollen, gewinnen wir. Genau. Ich darf vorstellen, euer Champion. Okay. Ich bin der Jumpmaster, dieses Mal. Ich schlage vor, wir landen hier. Why am I Jumpmaster? What the... Es geht los, bereit machen. Geh mir hier entlang. Alles klappt. What the hell? Wir haben Glück, wir sind schon im Ring. Ich hab hier eine Anpassung. Turbolader. So. Erkunden wir diesen Weg. Dann spicken wir mal. Und schadet ein Leck. Ich hab hier eine Anpassung. Ich hab hier eine Anpassung. Kontakt mit Gegner. Ich bin gefallen. Die Gegner schießen auf mich. Ich werde beschossen. Ich habe eine Anpassung. Ich habe eine Anpassung. Ich habe eine neue Kirsspitzenreiter. Ich habe einen neuen Kirsspitzenreiter. Buy Sieht aus, als wäre ich der Killspitzenreiter. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Oh, danke schön. Komm! Oh! Nice! Dankeschön! Oh! Seid stark, wenn ihr schwach seid. Seid tapfer, wenn euch Furcht begegnet. Seid demütig, wenn ihr siegreich wart. Achtung! Oh, vielen Dank! Dankeschön! Oh! Oh! Ist die! Oh! Oh! Was derg! Oh wow! Oh wow! Ich kampien! sounded blind. holy shit nämlich retten muss jetzt eigentlich nicht das ist eigentlich nicht mehr notwendig trotzdem danke mal wieder ich bin zu schlecht für dieses spiel muss mich nicht bergen bevor du stirbst ich weiß noch nicht wer du bist aber danke schön holy shit ja rette dich ruhig selber dürfte besser sein wenn ich weg bin bin ich weg scheißegal also der meint also würde mir sagen der rette tatsächlich zwei leute oder was ich weiß noch nicht du bist du ich weiß noch nicht du bist du Wir sind ja beide verschissen. Toll. Ja, das ist schon der erste Ping. Wenn ich das richtig sehe. Wir haben beide reingeschissen. Von der es zuerst wird. Alter Schwede. Ich komme. Helfe an eurem Rätungseinsatz. Je nachdem er gerettet wurde. Ich gehe wieder auf die Jagd. Wir haben den Vorteil. Wir sind im Ring. Was ist denn der andere? Hier hinten. Kehrpaket wird ausgeliefert. Achtung. Kehrpaket kommt. Schauen, ob es hier was zu finden gibt. Waffen. Team, ich habe unsere nächste Ringposition gefunden. Seht auf eure Karten. Da haben wir zwar irgendeine Billow-Raffe, aber scheißegal. Da ist es egal. Da ist es egal. Ich glaube, hier war ich schon. Ich habe ein Portal aufgestellt. Ich habe ein Portal aufgestellt. Ich habe ein Portal aufgestellt. Hier ist dein Hemlock. Ich habe ein Held. Hier ist dein Hemlock. Ich habe ein Hemlock. Hier war dein Hemlock. wohnen mann so ist ja was ist aber auch Ich habe einen Helm. Aha. Das ist mein... Nein, nein, nein. Äh, nö. Am I hier? Äh. Hier ist eine Prowler im Fliehen. Feier an. Der Allvater ehrt uns mit dem Sieg und dem Leben. Super, wir sind schon im Ring. Herr Paket wird ausgeliefert. Hier ist ein Kraperschild. Stufe 2. Da kommt ein Kraperschild. Ich liebe Beute. Das ist ein Kraperschild. Du hast keine Arme. Was? Ich kann... Ich kann dich nicht hören. Hier ist dein Helm. Stufe 2. Ich habe keine Arme. Hier ist ein Kraperschild. Ich habe eine Kraperschild. Ich bekomme ein Kraperschild. Da ist noch was. Ich brauche eine Optik für ein Sturmgewehr. Ich brauche eine Optik für ein Sturmgewehr. Ich brauche schwere Munition. Er öffnet Feuer. Da drüben ist eine Todeskiste. Noch eine Minute, bis der Ring sich schließt. Wir haben genügend Zeit. Stimmt, habe ich auch ganz übersehen. Ich habe ein Sniper. Oh schicht, 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 schicht. Höreit machen, Zeit für die Seilrutsche. Was ist das? Ich bin am Boden, lebe aber. What the hell? Ich repariere mich selbst. Lade meine Schilder auf. Lade Schilder auf. Ich bin am Boden, in Bewegung. Repariere mich. Werfe Termitgranate. Lade nach. Setze Haken ein. Oh. Wir kriegen das hin. Ach, danke schön. Ja. Hier ist ein Rucksack. Stufe 4. Runde 5. Starte Ring Countdown. Wir sind im Ring. Auf treu und bleu. Ich habe einen Feind ausgeschaltet. Muss nachladen. Lade nach. Ich muss meine Schilder aufladen. Stay, stay here, stay here, guys. Stay here, stay here, stay here. Oh. Ich muss meine Schilder aufladen. Da wird sie ich nicht geschaut. Oh no. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Oh no. Alter Schwede. Sie zielen auf dich. Kontakt mit zielen. Das hat aber noch einer verletzt. Sehe ich gerade. Ich sehe gerade. Das ist ein Schilder. Beide. Was. Es sind die Apex. Champions. Wow. Nice. Yeah. 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 ich bin zwar mehr gestorben als was anderes passiert ist aber egal jetzt weiß ich auch warum es gekleckt hat weil ein sprachchat noch mit lief jetzt hat sich das auch geklärt also ich hab bei mir auch das spiel kurz geleckt weil anscheinend ein sprachchat mit aktiv war jetzt willst du mich jetzt veräppeln ja 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 Ich habe Staub. Glaub mir einfach. Bereit machen. Es ist so weit. Bereit und aufgeregt. Ich darf vorstellen, euer Champion. Ach so, dachte ich bin das. Dann habe ich ja ganz einen anderen Skin. Hm. Lass uns hier landen. Wer ist angekommen? Warte. Es geht los. Das wird ein langer Fall. Macht sicher Spaß. Was? 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 Nice. Erster Treffer. Erster Treffer beim Feind. Bring es mich in der Nähe. Reilung. Was hast du mir da hingelegt? Eine Prawler. Eine Prawler will ich aber nicht. Minipack. Super kompakt. Leicht zu bedienen. Äh. Ich würde ein Gewehr brauchen. Ultinator will ich nicht. Benutzer Haken. Ähm. Hier ist dein Rucksack. Stufe 1. Vielleicht gehts da lang was Gutes. Hier ist ein Körperschild. Stufe 2. Eine Minute. Der Ring ist weit weg. Hm. Gehen wir dort entlang. Okay. 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 Halt hoch. Oh. Hier ist noch was. Ähm. Ja. Wir haben einen neuen Killspitzenreiter. Es geht los. Der Ring bewegt sich. Neuer Killspitzenreiter bestimmt. Neuer Killspitzenreiter. Achtung. Körpaket wird ausgeliefert. Ein Körpaket. Der ich liebe diese Dinge. Sorry. Erhüllt Schaden durch Kopftreffer. Ich liebe diese Dinger. Hier ist eine Optik. Für Mitteldistanzen. Vielen Dank. Die Sonne scheint und ich freue mich. Da drüben ist ein Sprungturm. Oh wow. Ich weiß nicht. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Genau hier. Ich stehe unser Beschuss, Freunde. Falt! Ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Genau hier. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden. direkt wieder durch war es ein bisschen langweilig wenige baller wenige metzl aber ich denke das wird schon auch also bleibt dann bald bis zur nächsten folge